Moin und herzlich willkommen zu Grumpy Griller Barbecue Like Jopik. Heute ist die Auslosung von meinem Gewinnspiel, was ich durchgeführt habe. Vielen Dank für die rege Teilnahme. Ich habe hier in meinem üblichen zertifizierten lose Aufbauungsgefäß einen Haufen Lose drin. Mit dem Namen der Teilnehmer, ich glaube das sind so an die 50 Stück oder so. Also vielen Dank für das rege Interesse. Es ging ja darum, dass ich von Inkbird ein IBT-6XS verlose. Jetzt habe ich hier drei Kartons. Eins, das ist für mich. Und dann habe ich noch zwei über. Dann heißt das wohl, dass ich doch zwei verlose. Eins wird ja sonst schlecht. Also, dann ziehe ich jetzt mal den ersten glücklichen Gewinner. Diese Hand hier, die ist frei. Markus P. Herzlichen Glückwunsch. Du hast ein Inkbird IBT-6XS gewonnen. Ein Karton muss noch weg. Also ziehe ich noch ein Gewinner. Daughter and Dad's Sizzle Zone. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß ja, Marc, dass du geschrieben hattest, falls ihr gewinnt, dass du dein Gewinn dem Sascha von Grillkanal Barbecue mit Sascha machen willst. Wenn es wirklich so ist, dann schreib mir das doch einfach in den Kommentar unter dieses Video. Dann, ich kenne Saschas Adresse, dann kann ich das gleich an ihn schicken. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Wem auch immer. Und an Markus P., du kriegst dieses Thermometer, was du gerade gewonnen hast, wenn du mir eine E-Mail schreibst an grumpygrillerbarbecue.com. Der Betreffel ist mir diesmal ganz egal. Und du schreibst da einfach deine Postadresse rein. Dann kann ich das verpacken und zur Post bringen und an dich versenden. Also, herzlichen Glückwunsch nochmal an die beiden Gewinner. Vielen Dank für das Regel-Teilnahme-Interesse. Bis zum nächsten Mal. Da gibt es auch dann endlich mal wieder ein Rezeptvideo von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Grumpy Griller Barbecue-Laktorek. Bis dann.